Hey Leute, wir begrüßen euch wieder zu Pokémon Platin! Na, Slot Challenge! Genau, together, so! Das hat sich einiges getan, also wir haben trainiert. Ich hab trainiert, Yellow trainiert. Ah, der Yellow ist im Spaß, der hat auch weitergespielt. Ja, das tut mir auch sehr like Randy. Aber ihr seht bei mir jetzt, was er übersprungen hat, nämlich das Galactic-Gebäude. Soll ich dabei auch weitermachen, oder? Ja, da kann es weitergehen, das gab ein Problem. Ja, Level tue ich halt einfach nur. Ne, du kannst... Aber du kannst auch mal hier in das Untergrund-Gedöns gehen, ne? Da waren wir noch gar nicht. Kannst du auswählen, ob das überhaupt funktioniert? Untergrund? Ja, Fossil und so, hä? Ach so! Ja, warte. Ich hab erstmal hier einen Scheiß-Trainer gehabt. Ach so, ja genau, jetzt im Training. Ich hab all meine Pokémon auf 20 gebracht und mein Nebulock zu Apollo entwickelt und dann mit bestimmten Programm haben wir es entwickeln lassen zu Gengar. Ja, sonst wäre es ja nie zu Gengar geworden. Ja, genau. Wäre es nicht doof gewesen, ich hab... Ich weiß nicht mehr. Ich glaub, bei Geld hat es damals auch hinbekommen... Ah, das ist ein anderes Programm für, weil es eine alte Redition war. Oder so, ja. Ja, man muss einfach nur googeln, da gibt's... Gibt's Möglichkeiten. Gibt's Möglichkeiten. So... Ach, ich hasse das Vieh. So, ich weiß jetzt so, hier, ich weiß jetzt so, hier drin so drin abgeht. Der Yellow hat mich ja gespoilert. Der Yellow. Ja. Ba-bam. Flammenrot. So, besiegte Gli-Bunkel. Gli-Bunkel, da kommt am besten Mau. Du gehst, siehens kann hier ja nicht so dringend gut Zhan vorbeigern, der kann auch nicht gut unternehmen werden. Wartenschein war auf dollars auf, was das wohl was gemacht hat. Da haben wir noch mehrere Dollar aus? Ich habe mich ganz einfach zurückgekommen. Ausrüstung ist Prozent das ist wieder der rechte Ohr noch der rechte Zeit das ist es doch nicht ein Beutel voller sicher das ist der Füte unter aber ich glaube in der Höhle war da ist in einem Haus dritten ja ich kann mich auch noch etwas war in irgendein Haus drin du musst draußen der freiheit sein das Wort funktioniert nee 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 ach und ich war auch einkaufen heute ich habe ein paar neue Pokébälle Tränke glaube ich auch aufgefüllt Gegengift und das war es dann glaube ich auch schon mehr habe ich eigentlich gar nicht so groß geholt du hier kannst du haben sie 621 EP mhm 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 ingo stück ein bisschen lieber kräuterladen oh kräuter sind gut die machen die das Glück und das sind von deinem Pokémon kräuter kräuter so es wird das die Türen sind abgerät ich weiß so für das aufgrund gut ist es ist für den Wittgen gut Porygon du wolltest du etwas auch wie so fragt gestorben du willst die Pokémon befreien ja klar ob ich es erlauben würde ich Jupiter kümmere mich persönlich um dich mhm hihihi mit der Jupiter die Erkste aufs Möhrling mhm 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 Funkelsprung bach Aja Stundtel Kumpelsen Sack Angriff gesunken m Klaue den kleinen Tank machen wir ganz easy fertig jetzt sind so es ist effektiv nur genau so nicht gar keinen Schaden mehr um für Kühne jetzt kommt es aus und Flammer Kumpel Börn 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 und volltreffer und noch mal ich muss aufpassen von Volltreffer vom Gegner einmal aufheilen zack Dranlose DS, Dunt im Beton wird gestartet ja mal schauen ob es geht ich weiß nicht, ich glaube genau deswegen geht es dem Warenvolltreffer, weil er so klein ist, den Volltreffer aneinander damit und der brennt, okay das ist ein Sieg das Verbrennen oh mein Gott oh mein Gott, was passiert ich bin drin jetzt funktioniert also das heißt, dass wir eigentlich theoretisch auch so Podemos tauschen können ja, du müsstest damit einen zweiten Emulatum aufmachen können auf der Computer und zweites Spiel das ist noch kompliziert als in dem Programm oh ja vielen Dank, also ich weiß schon, ob man Deathloop zweimal aufmachen kann dann über WiFi und so ja, das ist echt alles, ja, das ist alles echt kompliziert man kann das alles sich durchlesen und immer gucken wie und weshalb, warum aber naja ich warte, ist hier nicht hinten drin, ne so, ich habe das Galactic Gebäude auch fertig jetzt gehen wir unser Fahrrad abholen und dann können wir unten auf den Fahrradweg ja, geil aber erstmal gehen wir noch heilen hallo vielen Dank ja, ja, stimmt und dann kommt man immer noch abhut und das soll mir jetzt auch was bekommen ja,llo ja,llo warte warte so, Rio ist mal nach vorne oh, Cynthia da bist du ja ich habe dich schon gesucht, hier habe ich nämlich etwas Schönes, das ist ein Pokémon-Ei, das möchte ich dir gerne geben bitte nimm es an, ok du 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 du, jetzt haben wir ein Pokémon-Ei bekommen nimm das Ei zusammen mit deinen Pokémon auf die Reisen mit und eines Tages wird dieses Pokémon uns ein Ei schlüpfen hu hu, freu dich schon mal drauf, oh ja jetzt haben wir ein Ei bekommen könnten wir eigentlich auch notieren, dass wir hier jetzt ein Pokémon bekommen haben, dadurch schreit der heute Schub und, äh, Fahrrad bekommene ach, das Fahrrad hat zwei Gänge ah, stimmt, ja so halt, ich check nicht das mit dem Graben, Alter wie mit dem Graben, ja, keine Ahnung, ich auch nicht du musst das irgendwie selber so was suchen und ach, das ist so kompliziert, das Geduld und du, was, was bringen die Teil, die, wo? die Teil? ja, die einen komischen Teile da ja, ich war nie so groß in diesem Untergrund, ich kenne mich nicht so aus ich habe mich damit nicht groß befasst bei Kalex Pikachu wird in den Kampf gerufen uuuh, läuft mich L21 bambambambambambambambambambambambambamb brenn brenn boah, Vortreffer, tot bach, alles, jetzt wär's mal klar ha, ha, ha ha, ha axel so war halt, ah, ne, komm, ich geh jetzt nicht hin sie für hinten einstellen, äh, komm unnötig auf den Rat zu sitzen, ne, ist toll, und lass uns kämpfen maljahr pfuhuhuhu prädiktet nein ja, okay, ist ja egal, von Schwungs speziell wär nix bam ah, Leute, ne und Elo, hast du es geschafft, jetzt andere Hain-Notsituation oh ah, okay, jetzt gehen wir doch heilen Yellow? ja ja hast du es gepackt bekommen? funktioniert es? hast du ein Fusil? ah, ne, ich find die ganze Zeit so komisch... also, du musst auf dem Boden das Fusil finden, oder was? ne, ne, das ist in der Wand drin okay du musst halt, du musst halt irgendwie ausgraben ja, okay wenn wir doch nur auf's IV.. auf dem Boden suchen gehen, oder? weil ich bin jetzt, äh, so weit wie du eigentlich ich hab Radweg angefangen hast du gehört? ja so, den nächsten Trainer, bitte um die Kinder und du da vor sich um uns zu kämpfen alter und mit der um es noch was Flammen Flammenreiter ach so ja doch Paralyse geil Gebetscht, wo ist noch was? aber Level 22 Oh, Yellows Level 20, ne? Das sollten wir mal ändern Wir sind beide auf Fahrrädern und wir beide haben Pokémon Ich lasse mich jedoch nicht von dir ausstechen Naja, das glaubst du nur du! Wow, drei Pokémon, ok Strahleli Strahlela Ruckzuckli Oh, ich hasse die Situation Ja, komm, jetzt ist es tot Und wir dürfen erstmal wechseln Ja, bringen wir Luchs Das ist immer noch was Und der sucht immer noch Funken, Sprung Boom Gut, besiegt Strahleli Funken, Sprung Und Boom So, Yellow kann sich dann auch mal wieder Hinten anstellen Gehen wir den EP-Teiler eben Gehen wir den EP-Teiler eben Dein Fahrrad verfügt über eine Gangschaltung Das ist sehr nützlich, aber jetzt lass uns kämpfen Madia Das ist sehr nützlich Definitiv Die hatred Mility Können wir es mal wechseln Doppelteam Funken Funken schwimmen! Boom! Tod! Staravia... Ja, da können wir weiterkämpfen direkt. Ach, dein Bedroh interessiert mich richtig wenig. Uh, Muttsatzon! Ne, Ruckzuck, okay. Oh, hat doch ziemlich viel Schaden gemacht. Ja, hallo? Ja. Wir sehen uns gleich bei 15 Minuten, ne? Ja. Wo bist du dran? Ausgraben. Ausgraben, okay. Ja, können wir den Pad hier jetzt eigentlich spenden, ne? Ja, ich hab so... ja, passt. Ne, geh mal auf deine Poké und hast du noch was Neues noch? Ne, ja, ich bin grad denken, da geht's schlecht. Ah, da geht's schlecht. Ja, okay, du hast den ganzen Pad eigentlich nichts geholt, ne? Ja, okay. Gut, dann werden wir... Ja, doch... ja, ja. Dann werden wir hier in dem Part, oder? Jo. Ja, wobei doch das Training... Ne, egal. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und... Ciao! Tschüss. 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 Tschüss.